Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem Infovideo. In diesem Video möchte ich mal gerade was ansprechen, was einige von euch, viele von euch noch nicht verstanden haben, denn ich führe diesen Channel Rasengan RP zu zweit und ich kann euch jetzt schon mal versichern, es wird Outlast weitergespielt, aber es werden ausschließlich nur noch Creepypastas hier kommen. Nämlich, wie gesagt, der Channel wird zu zweit geführt und Tim, also die letzte Creepypasta, war von Tim, mein Channelpartner. Er nimmt gerade noch eine zweite auf, die er mal hochladen möchte und es wäre cool, könntet ihr in die Kommentare schreiben, wo er sich verbessern könnte und außerdem, ja, der Channel wird zu zweit geführt, weil ich habe voll oft gelesen, was ist mit deiner Stimme passiert? Und so weiter. Ja, das ist halt Tim. Ich werde auf jeden Fall trotzdem auf den Channel weitermachen. Zur Zeit hatte ich halt nicht so viel Zeit und diese Woche werde ich auf jeden Fall den Creepypasta noch machen. Und was Spiel der Finsternis angeht, jetzt kommt meine andere Bitte. Ich suche jemanden, der Spiel der Finsternis weiterschreibt. Diese Person, die weiterschreibt, sollte so ein bisschen so im Fach Deutsch begabt sein und, ja, die Geschichte weiterschreiben und so weiter. Ähm, also, falls jemand dazu Lust und Zeit hat, finde ich es auch okay. Ich fände es halt mega geil, weil ich erreiche Feuerdrache irgendwie überhaupt nicht mehr. Wäre halt geil. Ähm, ja, das waren die Themen. Wie gesagt, wir sind zu zweit auf dem Channel. Ähm, es werden ausschließlich nur noch CPs kommen. Und, ja, mein Name ist Rasenganepe. Haut herein, bis zum nächsten Mal. Und, ja, tschüss. Und, ja, tschüss. Und, ja, tschüss. Vielen Dank.